Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sky Saga Infinite Isles in der Alpha 8. Wir ziehen nochmal los in ein neues Abenteuer. Ich habe hier meine 12 Schlüsselsteine und dreimal das lustige feurige Herz und bin inzwischen schon gar nicht mehr so schlecht gequifft. Dschungelabenteuer, Quatsch, Forest Abenteuer. Ich habe auch noch einen Bogen, den können wir mal benutzen eventuell, wenn ich daran denke. Und ja, wir gucken mal, wie hart das wirklich wird. Wir müssen dann wieder schön ein Fest erledigen. Forest, Root and Thorn. Ich bin gespannt. Nächste Folge werden wir uns ein bisschen um Bauen kümmern. Aber heute nochmal um fettes Abenteuer. Eine Kanone. Ich bin gespannt, wo wir landen. Welche Farbe wir haben. Ist immer sehr, also ich habe schon echt witzige Sachen gesehen. Das letzte Mal war ich in einer blauen Wüste. Also, ich war schon in einem kleinen Wüstenabenteuer und einmal im Dschungel? Nee, doch im Winter. Genau. Nein. Oh, verdammt. Egal. Okay. Was haben wir denn? Aha. Okay. Briarbears. Mhm. Okay. Wir müssen ein Dorf finden, weil wir uns Futter suchen müssen, weil die Bären hier wohl ziemlich stark sind und ziemlich reinhauen. Und deswegen sollen wir uns Futter besorgen. Was bist du für Neisen? Hm. Gar kein Eisengut. Ich glaube, nochmal das ist geil. Ja. Oh, aber du bist braun. Okay, sollen wir nicht ganz so gierig sein schon wieder hier? Also, wo sind wir denn hier gelandet? Hier geht's noch weiter. Oh, dich nehme ich mit. Ähm. Hier ist nix. Oh. 18 Bugs. Okay. Gibt's hier was zu holen? Nö. Sieht nicht so aus. Dann mal hoch hier. Lass das Ding ins Eisen. Oh, Moment. Da müssen wir ihn plündern. Da ist auch eine Stadt. Direkt. Wunderbar. Das ist wichtig. Sun Iron. So. Okay. Ähm. Dort ist eine Stadt. Eindeutig. Abendorf. Mhm. Village Food Source. Wir haben neue Musik. Cool. Ähm. Oh. Oh. Wir haben alle Schöne, die Schweine. Hey. Komm schon. Hau. 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 Keine Ausdauer mehr. Oh. Schieb. Hier ist keine Kiste. Kommt. Jetzt geht noch mal einer von denen drauf, bitte. Danke. Sehr freundlich. Okay. Ich denke mal, Food Source wird im großen Haus sein. Also, ähm, im Gasthaus. Das ist hier. Oh. Das muss ich haben. Dankeschön. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Die sind einfach zu verkloppen. Ich brauche eh Geld. Also, Knoten, weil ich noch Sachen kaufen muss. Das ist, äh, wichtig. Ähm. So. Wo war ich jetzt? Wo wollte ich hin? Ah. Da können wir noch innen kurz rein, bevor wir das andere Ding gehen. Ich will Kisten. Verdammt. Hey. Hey. Mal halt lang hier, Freunde. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Muss ich jetzt meine harten Waffen hier rausholen, ja? Ich hätte ihn wieder. Out of Stamina. Ah. Habe ich hier noch was? Nein. Kiste. Woo. Sehr schön. Alles mitnehmen. An Sonneneisen, was wir kriegen können. Aha. Okay. Okay, okay. Sehr gut. Ähm, du kommst mit. Du darfst hängenbleiben. Oh, Söckchen. Bam. Bam. Au. 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 Hör auf damit. Komm doch. Spacko. Was hast du davon. Okay, okay. Immerhin. Okay. Gut, 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 gut. Äh, wir haben einiges an Leben eingebüßt. Naja, was soll's. Wir sind auch hier inzwischen schon echt stark, muss man auch sagen. Wir sind auch schon in, 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 was gar nicht, was überhaupt noch eingeteilt wird, diese Abenteuer. Also blau sind wir auf jeden Fall. Blau ist schon höher als grün und höher als grau. Oder braun. Ähm, Gasthaus. Sollte hier nicht ein Gasthaus sein? Ähm, okay. Jetzt bin ich verwirrt. Kein Gasthaus. Aber hier ist ein Friedhof. Achso. Ach, das ist ein Obstgarten. Achso, ein Orchel ist das. Ja, ja, ja. Obstgarten, okay. Und nun? 20 Äpfel, okay. Ja, dann. Weiße Äpfel, rote Äpfel. Vor allem weiße Äpfel, oh man. So. Gib mir das. Danke. Ich bin ein paar rote Äpfel. Haben wir noch Kisten? Das ist immer Kisten. Die wachsen auf dem Boden, die Äpfel. Das macht keinen Sinn, Freunde. Kein Sinn macht das, nein. So. Da noch ein paar rote. Da hiervon. Hör, ich will noch mehr. Ja, warte, 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 warte. Äh, ja, was gibt's? So. Okay, bevor wir uns gegen das große Biest stellen, sollen wir erstmal einen kleinen, bisschen aggressiven Wildtieren üben. Okay, also wir sollen zum Schluss, denke ich mal einen großen, dicken, fetten Bären verprügeln und sollen halt vorher an kleinen Tieren üben. Wir sollen erstmal den Bär seine Höhle finden. Da gehen wir jetzt mal den Wegen nach am besten. Okay. Okay. Skitterlinge. Kleine miese Mistviecher. Okay, was haben wir hier? Ein Brunnen. Ein Brunnen. Aha. Jawohl. Goldene Treasures. Läuft bei mir. Ist mal hier. Was willst du? Hüftschwung-Emote. Okay. Und ein... Ein Helm. Interessant. Den können wir mal aufsetzen. So. Oh Mann. Ähm, wie viel... Was macht er mich langsamer? Nee, der macht mich langsamer. Wunderbar. So, dann können wir mal wieder nach oben. Nach... Hallo. Okay. Ja. So. Okay. Okay, okay. Ähm. Bärenhöhle. Bärenhöhle. Höhle. Bärenhöhle. Ähm. Oh. So. Was haben wir denn hier? Also der Weg führt... Hier hinten? Irgendwo hin? Oh, was ist das? Ach so, die Sonne. Was ist das? Talgutshof. Okay. Hier wohnen sicherlich Banditen drin. Sag ich doch. Okay. In your face. Geht doch. Okay. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Jawohl. Ein braun-gelbes Abenteuer. Sehr schön. Gib mir das. Danke. Okay. Mhm. Hier haben wir noch ein paar Räume. Hallo? Wohnt hier jemand? Nein, aber hier gibt's Loot. Oh, ist das... Nee, schade. Das ist nur Erzholz. Das sieht halt, das ist teilweise so dunkel aus. Das ist, ähm... Merkwürdig. Naja. Okay. Also, alle ab. Und... Da ist noch eine fette Kiste. Yeah. Ja... Ähm... Das lass ich hier, weil ich weiß, dass wir hier noch alles in unserem Inventar noch komplett voll zumüllen werden. Die weißen Äpfel lasse ich auch da, weil ich die nämlich gar nicht mal so schön finde. Ähm... Milchsteinslab lasse ich auch hier. Die können wir selbst herstellen, wenn's denn sein muss. Ähm... Okay, hier gab's auch keinen Quest. Nein. Gibt's hier noch eine untere Ebene? Ja, natürlich. Hallo? Ein Lagerraum ohne Kiste, oder? Ohne Kiste, aber ich würde gerne was mitnehmen. Und die Dinger, da können nämlich Seile drin sein. Die ich irgendwie... Bestimmt, äh... Im Dschungelabenteuern gibt's ja die Seile. Da war eigentlich noch gar nicht drin gewesen. Hm-hm... Okay, gehen wir da. So, das war's schon mal nicht. Dann haben wir noch auf der rechten Seite was da vom Dorf. Aber ich glaub... Das ist nur... Huddelmuddel... Vom Dorf, ja. Gut, dann nehmen wir den Weg nach da, nach Norden. So, was haben wir hier? Noch eine kleine Hütte. Skilling. Nice. Schön. Ach, das war der Brunnen, genau. Das war der Brunnen, ähm... Jut. So viel Skilling, das gefällt mir nicht. Äh... Oh, Schmiede. Ein paar Hinweise finden, ist okay. Drei Tent Pelt. Okay. Mache ich, kein Problem. Ja. Was ist das? Cool. Cool. So, ist brav. Okay. Aha, Questgegenstand. Sehr schön. So. Gelbe Wolle. Einiges an Steinen. Weißen Kürbis lasse ich hier. Die Carve, Weizen, also Milkstones lasse ich mit, weil die sind ganz praktisch, weil die braucht man nämlich auch für teilweise unsere, ähm... Huch. Wo ist das denn her? Für unsere Dekoration. Aha. Oh, noch einer. Gib mir das. Okay. Lass das. Geh weg. Yeah. Noch eine Giste. Aha. Gut. War hier noch was zu holen, sonst? Ich glaub nicht. Dich hätte ich gern. Okay. Skitterlinge warten hier. Einer, okay. Oben haben wir sicherlich noch ein paar Banditen, die wir aus, äh, rauben können. Jajaja, nicht jetzt. Hallo. Au. Das ist so Kalle hoch. Ganz mal. Ja. Shit. Shit. Okidoki. So. Den Teppich kaputt hauen. Gelbe Wolle. Sehr schön. Und ganz viel Kisten. Noch viel schöner. Oh yeah, Wachs. Ich hab inzwischen echt verdammt viel Wachs gesammelt, muss ich sagen. Finde ich perfekt. Das heißt, wir können richtig schön viel Kerzen machen. Mir fehlen nur halt leider noch da die Kerzenrezepte. Das ist ein bisschen schade. Und was, wo ich grad drauf hoffe, sind Glasscheibenrezepte. Also beziehungsweise Rezepte, also für Fenster. Ich hab noch gar kein einziges Fenster. Ich hab jetzt gerade in meinem Haus, was ich angefangen hab zu bauen, erst mal Platzhalterfenster reingetan. Diese verbarrikadierten Dinger, die man sowieso auf der Insel hat. Das, äh, sieht noch ein bisschen aus wie eine Ruine. Aber, ja, ich hab keine andere Wahl, weil ich es noch nicht hab, war? So. Hier, äh, sind wir questtechnisch fertig. Also ziehen wir weiter, soweit wir die hier verprügelt haben. Die Knoten brauche ich. Ich hab nie gesagt, oh, ist das der Link. Nicht draufgehen. Äh, nicht. Das will ich mal nicht. Oh. Oh. Okay. Alles gut. Die nehmen wir mit, weil die kann man nämlich für richtig teuer Geld verticken. Richtig geil. So, wo könnte jetzt dem blöden Bären sein blödes, sein blöder Bau sein? Oh, die muss ich noch mitnehmen. Ist da links dran? Ja. Ja. Okay. Kennen wir ja so Loot hier nach Metall und allem. So, wie immer. Das wird mir als Fenster auch erstmal reichen, aber auch selbst das hab ich nicht. Glaube ich zumindest. Ne. Hab ich nicht. Leider. Ich hab auch schon wieder heute alle meine Punkte ausgegeben. Meine blauen, wie ihr seht. Zwei hab ich noch übrig. Und meine Special-Punkte für, ähm, Treasure-Umbar hab ich auch ausgegeben. Ne? Hey, du, komm her. Ich fühl dich fertig. Auch deine Knoten. Wildtiere geben keine Knoten. Das ist ein Problem. So, okay. Wir gehen mal kurz, äh, hier rüber. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Ein Hinweis auf irgendwelche Bärenhöhlen. Nein, hier ist keine Bärenhöhle. Okay. Dann gehen wir zurück in so in diese Richtung. Geht's noch nicht hier blöd runterfallen. Das könnte weh tun. Alles gut. So, weiter geht's. In diese Richtung. Es wird nebelig, irgendwie. Aha. So, wo haben wir denn hier? Wo haben wir denn hier? Das Bären-Tier. Mhm. Aha, hier haben wir noch ne Hütte. Defeat them. Okay. Defeat them ist sehr gut, das Krägerchen. Halt den zuerst. Schon. Gah? Alles mitnehmen hier. Regenerieren und weitermachen. China. Okay. Kurz regenerieren. Gewährt sich gar nicht. Warum denn nicht? Was ist das hier eigentlich? Kann man das mitnehmen? Oder? Nee, irgendwie nicht. Okay. Und weiter geht's. Kisten sammeln. Sehr schön. Mhm. Alles gelb. So. Okidoki. Hier ist noch ein brunnenartiges Ding. Oh. Ein blauer sogar. Gib mir einen, du. Nein, du. Blauer du. Okay. Schade. Egal. Hauptsache. Oh, nice. Nee, bescheuert. Treasure Amber. Das gefällt mir. Oh, ja. Ist hier noch was? Nope. So, dann. Aha. Oh. Oha. Weg mit dir. Okay. Das hier ist normaler Loot. Ja, relativ normal. Äh, 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 äh. Okay. Doki. Schön, wir kommen jetzt wieder hoch. Hoch. Nein, was? Habe ich Sachen dabei, mit denen ich mich hochbauen kann, die ich jetzt nicht so brauche? Ähm, ach, was soll's. Minecraft-Style. Leop. Ah, leop. Okay. Das hätten wir auch erledigt. Äh, in the Vale Manor. Warte mal. Wo sind die Vale Manor? Okay. Noch ein Ding. Ähm, okay. Gut, dann gehen wir mal da lang und gucken, wo wir ja unsere nächste Station ist. Hm. So. Da haben wir noch eine Kiste vergessen, aber nicht jetzt. So, links lang. Wenn's denn geht. Ah, ne, hopp. Okay. So, was ist hier? Oh. Nix. Ich glaube, im Baum stumpf davon, dann ist das, ist das da die Höhle des Bären vielleicht? Oh, das andere macht ja keinen Sinn. Ähm, was ist das eigentlich für ein Ding da vorne? Äh, das ist da, wo ich raus kann, ne? Hier bin ich gespawnt. Ah, ne. Hier ist der Bär, der, 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 der Bären sein. Hä? Aber, aber, aber. Bin ich doch gespawnt, das kann doch gar nicht sein. Vielleicht. doch dann hier im Baum schimpfen. Hä? Mä? Ich bin verwirrt. Wo ist der Eingang? Da. Oh nein, schon wieder so viele Kristalle. Wo bin ich jetzt hier? Hm. Naja, wir können es ja mal versuchen. Äh, was würde ich mitnehmen? Die gelben und die weißen. Ich glaube, in meinem letzten kleinen Abenteuer gab es eine Höhle mit ganz, ganz viel weißen und schwarzen Kristallen. Das war richtig gut. Also, hier zwischenlanden vielleicht mal. Hallo? Nein. Verdammt. Okay, hier bin ich richtig. Immerhin. Äh, die Steine sind oft gelben Steine nicht. Witzig. Das war auch so eine Höhle, nur mit Wölfen anstatt mit Bären. Ach, du Scheiße. Ich glaube, das könnte ein bisschen... Wohl. Wenn ich mich nicht treffen lasse, sollte das gehen. Okay. Soll ich die? Die soll ich umhauen. Okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. Einmal Inventar speichern hier. Aber... Äh, Kristalle mitnehmen, die ich vergessen. Kontrollpunkt gesetzt. Sehr schön. Das Fleisch brauche ich nicht, oder? Ach, wisst ihr was? Ich nehme das vielleicht mal mit. Für den Fall des Falles, falls mich wirklich mal so ein Bär hier halb tot kloppt, dass wir uns heilen können. Oh, shit. Immer schön langsam mit den wilden Bären. Hier geht's runter. Ah! Oh, shit! Ja, das wollte ich eigentlich verhindern. Okay, der macht gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Weg mit dir. Schön. Okay, dann machen wir den auch eben hier weg. Den... Ach, das war der? Nee. Oh, kacke. Oh, weg, weg, weg. Aha. Nieder mit dir, du Bär. Oh, der ist härter. Okay. Regenerieren. Oh, kacke. Schön, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh, Abstand. Aha. Okay. Ja. Und nun? Äh, äh, ähm. Kann ich mal so viel lesen, weil wenn man hier nämlich von Gegend umbringt ist. Tweet the beer, äh, briar beer. Und denkst, große Horn collecten. Horn? Wann haben Bären Hörner? Ich verarsche? Bleib du bloß da. Noch so ein Bär. Entschuldigung. Oh. Ich hab mein Kristall gekriegt. Ja, ich glaub schon. Okay, dann wollen wir uns mal hier nach hinten durchfuddeln. Oh, shit. Hup. Ganz schön viele Bäranten. Okay, dann lassen wir die Bären jetzt erstmal in Ruhe und versuchen uns nach hinten durchzufuddeln hier. Und dabei die ganzen Kristalle mitzunehmen. Denn sind leider halten echt eine Menge aus, die Kackdicher. So viel Kristalle und so viel Gutkristalle. Ah, ja. Ich glaub, hab ich... Ne, ich muss noch eine Lampe kaufen heute, die man... Ne, die machen wir, glaub ich, aus Glasscheiben. So eine kleine nur an der Wand Hängelampe. Aber wenn wir dann, sobald wir dann die große Lampe kaufen können, wird's fisch... Ach Gott, sind wir schon da? Das könnte sehr uncool enden hier, weil die Bären in Massen ist jetzt nicht so geil. Oh, shit. Weg hier. Komm schon. Danke. Das ist nur so eine Zwischenebene. Okay. Gehen wir mal hier schneller durch. Okay. Super. Oh. Geh bloß weg, du blöder Bär. Ja. Ah. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Bitte. Geh. Immer in Bewegung bleiben. Oh. Timo, das geht noch nicht fertig. Finde ich gut. Ah. Ich brauch diese Kristalle. Oh, das ist ein fetter Bär. Oh, ja. Geht einander umgebracht. Du hast den in deinen eigenen Freunden umgebracht. Bist du bescheuert? Oh, weg hier. Gib mir das und gib mir das. Hektik. Hihi. Tschüss. Okay. Alles wird gut. Irgendwann vielleicht. Oh, shit. Das ist uncool. Und mega unfair. Komm schon, gib mir das. Da. Puh, schön. Es gibt so viel gelbe. Ja. Menge Lampen von machen. 6.000, ey. Gottchen. Nicht mal getroffen. Okay, gut. Lieber ausweichen als bekämpfen. Weil, wie gesagt, 6.000 LP ist schon... ...ne Nummer. Entschuldigung. Warst du im Weg? Müssen wir hier lang? Okay. Ähm. Ich glaube nicht. Aber hier sieht es schon mal ganz gut aus. Ähm. Okay, äh, wir sollten weitergehen. Weitergehen, weitergehen, weitergehen. Das wäre ein bisschen zu gefährlich. Ja. Guten Tag. Ähm. Eine ganz schön lange Höhle, muss ich sagen. Oh nein, hier ist eine Sackkasse. Das ist gar nicht gut, oder? Komme ich hier irgendwo hoch? Nein. Oh, oh. Wo müssen wir denn dann lang? Hier? Ne, hier kam ich ja her. Dann hier links lang. Grotto. Auch eine Sackkasse. Hallo. Das ist wieder wie Grotto. Ach, je. Ja, 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 ja. Mist. Okay. Hier ist eine Sackkasse, ne? Okay. Dann, äh, weiß ich auch nicht. Mal zurück zur Grotto hier. Okay. Wo ist denn hier hin, Mensch? Hier hoch vielleicht? Sieht sehr richtig aus. Vielleicht, äh, ich weiß es nicht. Oh, eine Kiste. Oh, noch ein Treasure-Ambar. Oh mein Gott. Das darf weg. Okay. Wir sehen, ob wir mal Kiste abbauen, wo gerade vielleicht keine Bären sind. Okay. Ah, weg hier. Okay. Schnell weg. Nein, nicht hauen. Muss ein paar Gelbe mitnehmen. Verdammte Scheiße. Okay. Wie lang? Wie glaube ich eigentlich? 39 und irgendwas um die 40. Okay. Da sind wir. Krass. Wir haben es geschafft. Oh, fuck. Der ist ja richtig heftig. Ich glaube, wenn der dich erwischt, der ist ein One-Shot. Alter. Oh, nein! Ein bisschen aufpassen. Mhm. Weg hier. Uh. Macht euch gegenseitig fertig. Das ist eine gute Idee. Sind das zwei? Wollt ihr mich verarschen? Macht euch selbst fertig hier. Wer ist damit, hm? Oh, Mami und Papi oder was ist das los, hm? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Okay, es läuft, aber es läuft. Bam. Oh. Auf die Ausdauer achten. Ja, haut euch gegenseitig. Wunderbar. Hey. Ohne die Axt wäre ich echt aufgeschmissen. Hoffentlich geht das nicht kaputt. Auf Holzklopf. Achttausend. Und 20.000. Nee. Doch, 20.000. Ach du Scheiße. Bam. Okay, so. Das ist kein Problem. Irgendwie. Den hab ich erwischt. Nice. So, meine Dame. Mama Bär. Okay. Uh. Das war knapp. Oh, das ist immer noch knapp. Dicker Bär. Uh. Uh. Okay. Hey. Bam. Oh, mal raus. Wie wär's damit? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehen kann, wie viel Leben du noch hast. Oh nein. Noch zwei weitere. Ich glaub, es hackt. Das ist doch unfair. Oh je, oh je, oh je. Vorsicht. Immer in Bewegung bleiben. Oh Gott. Wir gehen da nicht fertig los. Danke. Bleibt mir von der... Familie Bär ist not amused. Gut so. Haut euch gegenseitig. Das ist wunderbar. Seite wechselmitte. Danke. Oh. Ich wurde auch nicht einmal getroffen, oder? Vielleicht von einem kleinen Bär, aber nicht von der großen. Weg. Hallo? Oh nein, das ist kaputt gegangen. Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Lauf. Oh. Immerhin, das ist kein One-Shot. Oh. Sonst geht es nicht fertig. Machen die Bären. Jawohl. Ja, das mein ich. Ufft. Okay, der Bär geht auch. Nein, was? Ich hab keinen Platz im Winter. Ist das euer Scheißernst? So. Gib mir das. Dankeschön. Nein. Alter. Danke. Was denn nun schon wieder? Okay. Dankeschön. Kann ich jetzt vielleicht noch fertig machen? Gibt sich nochmal fett Blut? Oh. Ja, 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 ja. Ganz ruhig. Weg. Huh. Neu gespawnt, nee. Oh. Ja. Vorsicht, bitte. Shit. Wer das? So, kann ich die doch eben schon fertig machen hier? Ach, nö. Scheiße. Weitermachen. Oh, hab ich jetzt meinen Loot verloren? Eigentlich nicht, oder? Okay. Wie besser, wenn wir mal kurzfristig das hier machen? Und das hier? Und dann verschwinden? Tschüssi. Ähm. Tschüssi. Haha. Okay. Ähm. Hust, hust. Okay, jetzt haben wir erfolgreich abgeschlossen das Abenteuer. Ich freue mich sehr. Kurz Sachen wegbringen und dann ein Quest abgeben. Und dann geht's weiter. Mit noch, äh, schwierigeren Quests. Ich brauche dringend bessere Waffen, ey. Ich will ein Rezept für die verdammte Axt haben. Das kann ja nicht sein. Zwei Hände, das ist echt geil. So. Oh, das ist übrigens mein Haus. Geh weg. Danke. Mein Haus. Zwei Etagen mit Platzhalter, Fenstern. Und Treppe. Ja. Wie gesagt, nächste Folge. Und das war ein bisschen, äh, hier. Möblierungsanlagen. Aber ne, ich glaube einfach. Wir tun das mal. Wie gesagt, äh, aufräumen. Ach, äh. Sortieren. Ähm. Ähm. Ganz viel Wolle haben wir dabei. Ähm. Pelze. Bei den vielen Beeren. Natürlich normal. Okay. Ganz viel zu essen. Eisen. Kristalle. Und hier hatte ich auch ein bisschen Wachs mit reingetan, weil meine Kisten inzwischen so mega voll sind. Das ist echt nicht gut. So, okay. Soweit, so gut. Ähm, Quest. Ne, halt, stopp. Erst Post, dann Quest. Aha. Nichts Besonderes. Schade. Kann auch noch weg. Dann gehen wir mal in die Stopp des Lichtes. Und gehen dann wieder weg. Okay. Jawohl, jawohl. Komm schon. Oh yeah. Eine Höhle mit ganz vielen Kristallen. Da stehe ich auch drauf. Okay, los geht's. Okay. Quest abgeben. Juhu. So. Was haben wir denn? Ich hatte, dass die Kreatur des Waldes im Besitz von seltsamen Marken sind. Die haben eindeutig, äh, eindeutig Macht. Aber ihr Herkopf ist unbekannt. Sicher, was? Sicherlich muss eine Hand sie hergestellt haben, aber die Erfahrung lädt mich, Annahmen zu vermeiden. Okay. Okay. Ähm. Oh yes! Ein Hammer! Geilo! Hast du mir einen neuen Quest gegeben? Oh, dafür gibt's... Ah, da kann ich ja mit meinen Schuhe reparieren. Nice. Ähm. Was soll ich denn tun? Achso, die Quest einfach nur abschließen. Okay. 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 Wir haben einen... Ups. Ein Rezept für einen Hammer gekriegt. Immerhin. Einmal lernen, bitte. Den will ich unbedingt machen. So. Äh. Woods. Measher. Woods Measher. Okay. Eisenplatten, Eisenstangen und Gewichte. Walzsiegel. Ja, ja, ja. Das ist doch alles super machbar. Ähm. Ich hab Post, weil ich den Rang aufgestiegen bin. Was gibt's dafür? Mitte, Mitte. Okay. Ach ja. Hab ich schon... Ne, ich hab schon geguckt, was die Tante hier im Angebot hat. War nichts Gutes, leider. Dann gehen wir nochmal unseren Treasure Ember öffnen. Und dann ist auch genug für heute, meine Freunde. So. Hier können Rezepte drin sein von Ausrüstung. Einen Bogen? Hab ich nicht sogar schon? Ne. Au, einen Dierbogen. Krass. Und die Schuhe. Okay, gut. Dann haben wir die schon mal gelernt. Können die auch gleich reparieren gehen. Die Schuhchen. Wunderbar. So, ich würd sagen, das war's für diese Folge. Ich bastel mir noch ein bisschen neue Ausrüstung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.